Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht deines Amerikaners zusammen mit? Peter Sondheim. Super. Peter, du füllst Whisky ab, glaube ich. Wir sind hier auf der Whisky-Messe in Limburg. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es denn dazu? Wir sind sehr lange in Einzelhandelgeschäften, seit 1995 hier in Deutschland. Und seit 2002 haben wir angefangen zu importieren und in den letzten sieben, acht Jahren haben wir selbst abfüllen lassen in Schottland. Super, ja genau. Super. Und du hast auch ein paar Produkte, die du gerne vorstellen möchtest. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, es ist halt so, als Engländer in Deutschland mit schottischer Whisky ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben unsere eigene Produkte. Prestons ist unsere eigene Abfüllung. Von unserem alten englischen Namen hier. Meine Familie war früher Preston, jetzt bin ich Sondheim. Und das ist halt eine neue Abfüllungsreihe, die wir haben in Portacast. Jung, aber sehr schöne Farbe. Hat es kriegt ohne Farbstoff und in Fassstärke. Die sind kräftig, aber trotzdem sehr, sehr interessant, sehr komplexe Whisky. Und dann haben wir den, wir importieren den First Editions von der Firma Hunter Lane. Und diese First Editions sind natürlich High End ältere Whisky. Hauptsächlich, wir haben wunderschön Tomo, 25 Jahre alt oder Schöner 8 Reuss mit 21 Jahre alt. Also die sind alle etwas ältere Whisky. Alle in Fassstärke, natürlich ohne Farbstoff. Und ja, und die sind einfach Top-Whiskys. Super. Also man findet euch auf irgendwelche Messen, aber auch wahrscheinlich online. Wo kann man euch finden? Wir sind BestWhisky.de. Wir haben auch zwei Ladengeschäfte in Stuttgart. So wir sind bekannt in der Region Stuttgart. Aber online, wie ich sage, BestWhisky.de ist alles zu sehen. Super. Und wohin geht die Reise? Worauf kann man sich freuen in der Zukunft? In der Zukunft. Wir haben vor, noch mehr Whisky selbst abzufüllen. Aber ich will auch ein paar ältere. Das ist sehr schwer geworden, in diesen Zeiten ältere Whisky zu finden. Aber in diesem Jahr und nächstes Jahr werden wir immer mehr rausbringen. Und das ist, wo wir hinwillen. Super. Whisky Jason hier. Whisky auf der Limburger Whisky-Messe 2018 zusammen mit Peter Sondheim von BestWhisky. Ciao.